Ein Erklärfilm zeigt oft an einem konkreten Beispiel die wesentlichsten Belange einer Thematik und führt Betrachter mit Leichtigkeit an eine Sache heran. Auf einem einfachen Hintergrund werden verschiedene Elemente arrangiert. Eine reale menschliche Hand übernimmt die Animation und unterstützt durch gezielte Bewegungen die gesprochene Erklärung. Die minimalistische und oft charmante Art ist das Besondere der Plain-English-Technik und komplexe Inhalte kommen mit solchen Erklärclips direkt und übers Schmunzeln ins Hirn. Schön!